Guten Tag, liebe Lernende. In diesem Lehrvideo wollen wir uns mit einem Text des Barockdichters Martin Opitz beschäftigen. Der Text heißt »Ach Liebste, lass uns eilen«. Kommen wir zur Biografie und zur Lehre des Martin Opitz, der zwischen 1597 und 1639 hauptsächlich in Schlesien lebte. Er gilt als Vater der neueren deutschen Dichtung. Was besonders auf sein Buch von 1624 »Deutsche Progeterei« zurückgeht. Dieses Buch wurde von zahlreichen deutschen Dichtern begierig aufgenommen, denn es besaß einen Grundgedanken, der in der Natur jedes Dichters liegt. Nämlich, dass zwischen der Bedeutung eines Wortes und der metrischen Kennzeichnung, also dem Takt, eine Koinzidenz herzustellen sein sollte. Und genau das forderte Opitz nämlich. Bislang war es üblich, auch in Deutschland üblich, dass also zwischen langen und kurzen Silben unterschieden wurde. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.